Ja, geil. Ja, Punkt. Ja, Panzer. Noch besser, noch ein Panzer. Seehaufen, genau. Ich bin nicht schuldig, ich brauche jetzt endlich mal mehr Wissenschaftler. Ich komme ja nicht dazu, verdammte Scheiße. Burg. Ich bin sowieso jetzt mehr. Ja, ich mache den Tisch und fertig. Schau mal, ich hätte noch mal das war. Ja, wenn ihr nicht wollt, ey, ist ja okay. Ja, fahr einfach nach Holundi und heil dich. Genauso. Ja, geil. Panzerabwehrkanone, auch nicht schlecht. Oh ja. Ja, die Polen, die häuschen wir uns schon gut zusammen. Ich will ja eigentlich Frieden, ja. Und nicht so viel harten Krieg, Mann. Das regt mich voll auf von dem Scheiß. Und ich glaube, die Inka warten drauf, bis sie müde den Krieg geklickt. Hey, hey, hey. Ho, ho, ho. Hey, hey, hey. Bo, bo. So. So. Mit denen die Welt erkommt. Das Tulum kriegen sie jetzt nicht mehr zurück. Österreicher, Polen, denen sind doch blöd, ey. Ohne Scheiß. Ich kann nur mit Polen zusammen die Österreicher so einfach kaputt machen. Jetzt haben sie ihre eigenen Hände geschrottet. Schau so. Die sind doch so blöd, oder? Also. Sie mögen mich vielleicht die Angriffe machen. Ja, die mögen vielleicht Tulumä-Urlauben haben. Aber sie sind trotzdem scheiße. Oh Gott, ey. Ja, jetzt sind die Polen sich auch zurück. Ja, vielleicht habe ich jetzt Glück und kriege endlich mal Frieden, ey. Ich will doch nur mein verdammtes Ding ausbauen. Ich erforsche so langsam mit Zeug einfach, ne? Ich glaube, in 703. Das reicht nicht. Und sobald ich wieder mit den ganzen Stadtstaaten Frieden machen kann, werde ich dies auch unterstreichen, würde ich sagen. Ich habe gerade etwas nachgeschaut. Das klingt um ein Mö für Erlaubnis von Let's Play. Da steht das ja nachher, das würde ich sagen, auf Kais. So. Ich habe jetzt endlich das Schwungmat mit dem Meer versinkt. Er braucht denn was. Hamburg. Hamburg ist endlich befreundet mit mir. Jetzt kriege ich jetzt noch alles, was in den paar Runden dauert. Ach, du hast ja alles gebaut. Das Pentagon. Das ist gut, das brauchst du meist. Scheißegal. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir hier vorankommen, ey. Kuck mir langsam an. Das ist schön am Panzer, die haben so viel Einheiten, da können sie immer noch was tun. Ja, so viel Bewegungsfreiheit, meine ich. Jetzt versuchen wir noch mal mit Wien zu reden. Ach, ihr seid's. Ihr werdet einfach nicht klüger, ne Scheiß, bis ich euch meine Stadt erobert habe. Bratislava. Sobald ich Raketentechnologie habe, sind sie sowieso am Arsch. Oder vorher noch Dings. Wie sie ihre ganzen Einheiten verheizen einfach an meinen Städten. Das regt mich voll auf, ohne Scheiß. Das Krieg dauert jetzt schon seit über 30 Jahren. Und das ist zu viel dran. Ich weiß immer noch nicht, wo meine Flügeinheiten sind. Bevor ich sie gebaut habe, die Ö-Ressourcen verloren. Das andere sind einfach Dings Panzer geworden. Okay, jetzt wird es nicht so langweilig. Ja, es tut mir leid, dass ich schnell den Kampf nicht eingestellt habe. So, jetzt kommt noch ein Flugzeug hier. Sag mal. Oh, Mann. Jetzt kommt noch ein Flugzeug. Ich glaube, ich spiele, ey. Sag mal. Ich habe kein Scheiß Öl, nur weil sie mir dauernd Tulum erobern. Stimmt doch alle nach Magie, ey. Scheiß, ein paar Flüge, muss ich sagen. Nee, das ist ein Komanschen. Ach Gott, nee, ey. So. Was passiert jetzt? Jetzt bekämpfen sie sich wieder zwei Stadtstaaten, die ich glaube, ich bin. Ja, wie denn? Ich kann keinen Propheten ausbilden von der Religion. Wenn ich natürlich die Religion nicht mal umschweifen will. Ein paar von Schönen sind sie da. Ey, weißt du, was mir auffällt? Sie haben Kanon. Ich werde verrückt. Ich glaube, ich werde geklappt. Ich kann dennoch lernen. Oh, Mann, ey. Was ist nötig da von mir? Was ist denn da? Weil weißt du mal, ne? Karol, Mann. So. Oh Gott, wie die ewig lang brauchen, ey. Wo hast du mir jetzt hier keine mehr? Ich dau so ein bisschen, bis sie sich ausgeschmatzt haben da oben. In der echten Welt ist schon fast der zweite Weg vorbei. Ich kann Wasserkraft verbrauchen, ich brauche ein Aluminium, das ist so ein Scheiß. Achso. Natürlich. Bist ja auch schön vorrangig. Oh, in einer Runde wird da oben ein Panzer gebaut, dann hab ich da schon zwei und da werd ich da lieber rollen. Jetzt wird sie so schön vorrangig. Ah, sie ist schön, sie ist auch noch ab. Schau mal, vielleicht können wir es hinbringen. Die werden doch jetzt nicht meine Stadt erobern, oder? Ja. Dann bin ich echt traurig. Nee. Ich schaffe es nur so weit runter zu knallen. Ich könnte aber wieder aufkacken, oh ne Scheiß. Ja, ich hab ja eigentlich nicht damit gerechnet, dass sie... so ein Flieger scheiß bauen. Ah, naja. Geil, ich hab grad gelesen... Ey. Ich hab vielleicht gelesen, dass uns grad der achte Abonnent abonniert hat. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es der achte ist. Cusco, sehr gut. Nee. Nur wenn er nach Hause muss, das ist ich glaube ich sicher. Vielen Dank, wenn er mit Quelle. Was zum Geil ist das für ne creepy Musik, ey. Ich will jetzt nichts auskramen. Scheiß drauf. Nein. Das wollte ich nicht. Ich werde Pflug Apfelgeschütz bauen. Den Schütze können wir trotzdem auch gebrauchen. Und eine Artillerie. Du baust erstmal ein Arsenal. Also fangen wir erstmal an. Eート zum Geil. Ich habe es geschafft. Könnte den Polen Posenklauen. Können wir hier noch einen wunderbaren. Ich glaube, ich benutze das, um die Fabriken ein bisschen zu beschleunigen. Alles klar. Jagen wir den mal in der. Jetzt rede ich mal mit Wien. Jetzt haben sie ja wohl eindeutig verloren. Die große Mauer. Sie wollen einfach nicht vernünftig werden. Ohne Scheiß. Das ist ihr Problem, ganz ehrlich. Soll ich kinkgelitzen? Lass mich gar nicht mehr ein. Ich habe keine Lust dazu. Die kommen jetzt einfach in den Bordruppen. So. Die sollen wir jetzt endlich mal Öl machen. Ich glaube, ich habe auch mehr Posen. Ohne Scheiß. Das ist wieder eine Stadt mehr, die ich habe. Und die Polen wollen es wieder haben. Ich muss denen mal zeigen, wo es lang geht. Oder was mit denen? Wollen sie mir meine Dinger kaputt, oder? Ja. Diesen ganzen Scheiß Flugzeugen. Jetzt brauchen die auch noch so ewig. Ich bin ehrlich. Mann, das gibt es doch nicht. Wann sind wir denn nicht mal fertig? Okay. So, mittlerweile mal ein bisschen rum. Also, finde ich meinen... Ach, genau, gut. So finde ich ja meinen Start gar nicht so schlecht. Moment, jetzt können wir doch bald einen Eifelton bauen. Dann glaube ich, bräuchte ich doch mal anders. Rambo. Eifelton will ich schon bauen. Ich bin nämlich auch Zusatzzufriedenheit. Gut. Jetzt kriegt's ja wieder ein neues Ding. Jetzt sind wir noch sechs Runden, ey. Du hast 14 Runden gezockt seitdem. Ich glaube, ich würde mit dem Panzer lieber Österreicher oberen stehen wollen. Ich würde mich jetzt nicht die ganze Panzer jetzt zerstören lassen. Die Polen haben wir sowieso zurückgeschlagen. Schauen wir mal, dass wir den ganzen anderen Scheiß jetzt mal bauen. Die haben noch keine Bibliothek, glaube ich, spürt. So. Sollten wir noch einführen? Sollen wir doch vielleicht Ära einführen? Das hilft halt im Krieg ein bisschen. Oder sonst. Nahkampfeinheiten. Oder Patronate sind hier auch halt schon wahr. Schauen wir mal, was es hier gibt. Das ist, glaube ich, wenn wir uns lieber folgen, was anderes ist. Haben wir schon. Gut. Stehen. Du bist da oben. Vielleicht wollen sie ja jetzt Frieden. Oder noch nicht. Aber die Polen vielleicht. Die sind ein bisschen einsichtiger als die anderen. Geil. Ich muss jetzt gleich nach Mombasa bewegen. Die müssen unbedingt meine Freunde werden. So. Jetzt habe ich nur noch Krieg mit den Österreichern. Jetzt könnte ich sie alleine besiegen. Das wäre voll geil. Ich preuze nur noch ein Haufen Panzer. Nur noch Panzer. Panzer, Panzer, Panzer. Weil irgendwann kann ich die auch zu Dings aufwerten, zu Laserpanzern. Ich muss jetzt unbedingt zu Laserpanzern kommen. Ich muss sie mal besiegen. Einem 5 Runden. Und danach dann das. Äh, 5 Forschungen. 49. Vielleicht sollte ich da noch ein paar Tromat reinskeln. Ich glaube, ich werde doch nicht die Runde beenden. Ich werde jetzt speichern und dann werde ich mal eine Aufnahmepause machen. Wie viele Runden haben wir gespielt? Fast 20. Es werden jetzt immer weniger Runden, da sie viel mehr zu tun werden halten. Egal. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.